du heilige wie oft ich auch du heilige sagen unsere truppen und da soll ich jetzt durch ihr wollt jetzt ernsthaft von mir call of duty activision hör zu ihr wollt dass ich hier durchgeht deine soldat kommt da das ok ich ihn noch nicht sei leise bitte ich würde am liebsten einfach jetzt hier im busch bleiben wenn der jetzt herkommt ganz her und uns sieht ich lauf ich lauf soweit ich kann aber momentan sehe ich nur hier grün zeug er geht wieder ich sehe hier echt null aber ich müsste ihn töten um die zweite zu können sonst sieht er uns hier ich meine dass die das nicht mitbekommen ist mir ein rätsel ja schrei turner turner da bist du ja sind hier keine gegner denn jetzt mir geht's gut wie lautet der plan wenn wir den fluss finden können wir den sammeln erreichen und unsere jungs unterstützen zum glück haben sie es geschafft wir beide haben ziemlich viel glück aber das schleichen hier in der kampagne hat mich bis jetzt komplett meine nerven gekostet kriegsnebel weil wir unentdeckt blieben sie zu runter gekommen aus dem schutz zu bieten wurde vermutlich aufgegeben ob sie wohl zurückkommen hoffentlich nicht in naher zukunft jeder lief einfach nur sind ach komm du kannst mir sagen was du willst da ist 100 prozent irgendwas ja verbandskasten gut und recht aber kaum schon irgendetwas geheimnis das muss jetzt euch die zeit hier wert sein irgendetwas was wir entdecken können nein ja granaten haben wir aufgefüllt wenn es sein muss er gibt uns noch munition wasser der fluss muss ganz in der nähe sein ich hoffe unsere jungs haben schutz vor der artillerie gefunden wir werden ihnen helfen keine sorge es klingt mal so als ob keiner schießen würde das ist die mission richtig erkannt Daniel Scharfschütze oh shit gut gemacht Royal Beasts lauf erstmal in den Scharfschützen rein wie soll ich ihn eliminieren Kopf runter da oben müssen wir hin er hat einen von uns Flanken überprüfen vielleicht können wir ihn erreichen ja der kämpft da oben man so hilft mir doch jemand Hilfe oh oh bitte hilf mir werde ich ja Töner gedufa bitte so hilft mir doch jemand wo ist er denn wir ziehen sie rein wir schnappen ihn uns wir müssen uns beeilen was machst du Hilfe ich kann mich nicht schregen ich werde das komm 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 nein komm nicht ich wollte einmal nur nett sein einmal im leben wollte ich nett sein was bekommt man er hat einen von uns vielleicht können wir ihn erreichen durchhalten wir schnappen ihn uns wir müssen uns beeilen so hilft mir doch jemand so ich hole ihn jetzt ich hab dich keine chance was wie mach ich das ich will ihm schon helfen Leute ich versuch's noch einmal das müsst ihr mir jetzt gerne ich geh ins geschützt von dem Auto hier wir schnappen ihn uns wir müssen uns beeilen nicht leer das gibt's nicht leer auch noch ich denke sein Feuer auf mich sie kümmern sich um bitte hilf mir jetzt habe ich's verstanden wie ne komm das will ich noch machen ich muss die Tür schnell aufmachen er lenkt das Feuer auf ihn hätte er früher sagen sollen so ein letztes mal gestorben bitte hilf mir wieso ist der Kontrollpunkt da nein es ist zu spät für ihn er ist nicht allein ach komm kann ich nein ich kann's nicht das sind auch Deutsche das sind auch Deutsche gut dass die MP40 mit ja von wegen Turner lenkt das Feuer auf ihn da noch so achso wir sollen zu ihm rauf ok ich habe keine Ahnung wie wir den einen retten haben können das macht danke vielen Dank für diesen Jumpscare der Sniper da oben macht der Camp im Schrank der hat mir jetzt echt leid getan aber wir konnten nichts tun vor allem das Baumpunkt aber dieser Soldat hätte nicht sterben müssen Bewegung der Sammelpunkt ist in der Nähe ja du musst mir das nicht unter die Nase reiben ich weiß hi 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 ok ich muss mich beeilen wir sind nicht mal am Berg oben und wir haben schon so viel Zeit verplempert hier Schüsse unsere Jungs müssen in der Nähe sein jetzt geht's los für eine Munition wäre ich sehr dankbar den da oben holen wir uns wenn wir Munition hätten und vorrücken und vorrücken ne leute ich hab kein bock mehr auf die Mission ich hab keine bock kein bock mehr wenigstens hat jetzt Munition und von wo jetzt unser Tod kam ich hab keine Ahnung das ist ja einer mit einer Bazurka oder was ich weiß es nicht dieses Wort gefällt mir richtig gut von den Deutschen hey dieser Soldat hier ne wo ist da einer so nochmal kurz Verbandskasten wenigstens ist Diles hier einer von unserem Trupp ich hoffe zus geht's gut oder wie er auch immer heißt amerikanische Granate ach komm das ist doch nicht wahr komm hier durch dieses Bauernhaus die Granate hat nichts ausgerichtet egal bisschen hier Special Effects schaden nicht und mir fehlt Sus aber auch nur wegen den Medipacks die er immer mit hatte nein ich hab jetzt beide getötet er kämpft auf der Stiege er schaut echt nicht gut aus für uns letztes Medipack vorwärts 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 in einer Reihe bleiben Jänky Feuer wo ist denn hier noch einer ich hab hier eine Feindformation vorwärts vorwärts Feuer wo ist der weiter Leute Turner bitte dich ich bitte dich töd ihn einfach Leute Turner bitte dich ich bitte dich es ist traurig es ist traurig so traurig rechts in Südostel in Südostel er ist erledigt Krautsbretter voraus er vereint die Kralote schwarze sie werden auf Jänky mehr Munition Daniel Ziel auf Einruhe rechts digga wieso sie camp was ist denn das ne ne Leute ne ne man ich sterb die ganze Zeit was soll denn das die kommen von Südosten alles ok alles wieder gut was machst du du solltest die Waffe nehmen und mit mir kämpfen ich bin hier absolut beschissen ich bin hier absolut beschissen und hab keine Munition alles was er tut wir retten sein Leben er liegt da alles was er tut gib mir bitte Munition du liegst hier nur da Bewegung ja gutes Stichwort deutscher in Bewegung aus den Süden werfe eine Granate ja ich will das jetzt einfach nur hier zu Ende bringen ach der ist oben so mir reicht es jetzt wirklich was was macht er da tut mir leid falls ich jetzt laute Geräusche von mir gegeben habe ich bekomme ihn nicht aber was macht er mit der Panzerfaust die Waffe ist echt nicht gut man das Wort gefällt mir da schon besser werfe Granate ja die Granate auch ne so gib mir ein bisschen stirb gut jetzt kann uns mal glaube ich nichts mehr so schnell in die Luft jagen den bekommt man nicht komm ich geh jetzt rein ins Haus komm schon vor Leute komm schon vor Leute 10 Minuten gehen sonst werde ich für Werbung beschimpft gut gemacht den jetzt an der Brücke sammeln Männer wir besetzen die Mühle als Stützpunkt wenn Pearson hier eintrifft rücken wir zum Sammelpunkt vor bin auf dem Weg Sir ja das war jetzt ne schwere Geburt scheiße saufstück hinterkot auf die Schicht Was noch mehr? Aber wenigstens keines scharfschützen Das gefällt mir Was wir alles hier erleben Ich muss mich konzentrieren, Leute, deshalb sage ich nichts Ich will nicht noch einmal drauf gehen Wir haben sie zurückgeschlagen Wachsam bleiben Wir warten auf Pearson und drücken dann zum Sammelpunkt vor Stiles, Ben jetzt zu mir Ich brauche Munition, Sir Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los Er hat nicht genug Männer Das hat ihn noch nie aufgehalten Ich sagte, wir warten hier Und genau das werden wir tun Bei allem Respekt, Sir Was, wenn Stiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels Ich hab da so ein Bauchgefühl Ja Das Pearson Peersons Geschichte, hoffe ich, dass wir die auch erfahren Aber jetzt mal Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen Der Trupp ist ihm egal Zwischen Turner und Pearson zieht ein Sturm auf Und es wird immer schlimmer Ja, zwei von drei Heldentaten, Leute Jetzt erstmal durchschnaufen Und dann das nächste Mal Ich sage unter Anführungszeichen Eine Berger Klimm Hat jetzt wieder ein bisschen länger gedauert Ich entschuldige mich dafür Ich muss mich das nächste Mal besser konzentrieren Aber umso besser ist es Dass du jetzt einfach beim nächsten Video dann einschaltest Und die Kampagne weiterschaust Ich freue mich auf dich Bis zum nächsten Video Hau rein Tschüss Unt가 Ei Ja 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 Vielen Dank.